Oh, jetzt hat er gleich den Flasch getroffen, der Floyd, gerade von gesprochen. Nicht schlecht. Er hat dann eine absolute Rakete. Guckt nochmal nach, waren es wirklich zwei Kreuzdichte? Oh, ich habe ja gesagt. Ku-8. Meine verspickte Situation. Und er kriegt auch Action, zumindest von Steven. Schwierig, man gräht so einen Zugzwang. Absolut, vor allem wenn der Blind Race kommt, dann ist es so, dann sagt man, diese Hand oder die nächste. Falls ihr Lust habt, Bilder von unserem Regisseur zu sehen, eben erwähnt durch Koks und Nutten, dann könnt ihr auf Snapchat gucken, da gibt es nämlich auch ein paar Bilder. Auf Snapchat sind wir auf studie71.com aktiv, also unter dem Namen. Und da ist die gute Malwanne unterwegs und läuft im Backstagebereich rum und filmt das ganze Desaster. Und ich bin mal gespannt, was Daniel sich dann ausgedacht hat. Ich höre gerade, Daniel, der zieht sich nackt aus. Muss ich jetzt kurz unterbrechen, denn LeFloid ist all in. Oh nein, jetzt schon. Aber er kann die Hand nicht verlieren. Wenn er jetzt den Call kriegt von Steven. Oh, dein Teampartner mit der 6, das ist wieder zu sportlich. Alles Gute, Flo. Oh, Dario Callt. Was machst du jetzt noch mit 600... Jetzt gewinnt der LeFloid einen Riesenpartner. Und der muss sich einschieben. So, weil... Ich muss meine... Oh, Freunde. Ich muss es alles wahr machen. What the... Oh, oh. Oh, oh. Ich muss das kalkuliere. Kann jetzt hier keiner ausscheiden, denn Steven, der auch all in gegangen ist, hat die beste Hand als Dario. Und Dario hat die meisten Chips. Natürlich. Alter, nice. Jetzt geht es aber schnell los. Juhu. 0% für alle beiden. Steve, das war's. Brauchst du es? Noch, oder? Diggi. Riesenpartner. Oh, oh, oh. Jawoll. Das bringt nichts. Der hat Fleisch. Ja, ja. Aber das wäre so lustig gewesen. Alter, du hast mich gerade mit deinem Lachen so irritiert, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich fand nur lustig, dass da doch noch ein Ass kam. Ah, ein guter Frodo-Apparat. Aber ich habe meine Drohung wahrgemacht. Gut gespielt, mein Lieber. Dankeschön. Gut gespielt, komm, Jo. Ja, total gut gespielt. Ey, du hast dein Bestes gegeben. Bin ich letzter, Dennis? Ist er doch... Ist er doch... Weniger Chips denn? Der Gürtel ist frei. Ey, das ist nicht mein Gürtel. Der Gürtel ist raus. Das ist aber schnell. Das ist mein Gürtel. Entscheue ich mir das mal auf, Steven. Ja, Punkt. Warte, nicht ohne mein Getränk. Nicht ohne mein Tischen. Danke schön.